Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Eigentlich ein Grund zu feiern. Doch was feiern wir heute? 30 Jahre bestehende Unterschiede. Ich bin 1998 geboren. Warum muss ich immer noch mit der Mauer leben? Die Mauer ist vor 30 Jahren gefallen. Wann fällt sie den Köpfen? Unterschied zwischen Ost und West? Wir sind doch ein Deutschland. Sind wir überhaupt ein Land? Ohne dich? Kein Bier! Wer die Mauer nicht mag, braucht einen Tarifvertrag. Tarifbindung? Dafür trete ich ein. Wir Aussies kommen nicht so schnell ans Meer. Deshalb holt die 35 her. Die 35-Stunden-Woche. Im Westen 1995. Und wann im Osten? Warum arbeiten die Kolleginnen und Kollegen im Ostteil meiner Stadt drei Stunden mehr als ich? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der Profit ist im Osten, doch der Chef sitzt im Westen. Liebe Arbeitgeber, werdet euch endlich eurer Verantwortung bewusst. Der Chef gehört im Osten. Und nicht nur am Wochenende. Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Warum müssen wir noch darüber sprechen? Wir als IG Metalljugend Berlin-Brandenburg-Sachsen sind uns da einig. Keine Zeit für eure Mauern! Wir als IG Metalljugend Berlin-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-Branden-B